hallo und herzlich willkommen zum dritten türchen vom adventskalender 2017 das dritte türchen ist wo haben wir das da unten die drei klicken drauf ich habe die bilder selber noch gar nicht gesehen also hier haben wir ein pferd mit einer kutsche und hier ein schneeband und dann hier noch ein paar leute gut hier klicken um das türchen zu öffnen machen wir das mal du hast erfolgreich durch den drei geöffnet und das packt hier unten die leistungen rein ein bisschen weiß nicht warum das so ist so in dem türchen ist ein buchstabe versteckt finden und posten vierundzwanzig alle gefundenen buchstaben das dort erscheinende formular und was ich schon einen preis in star wars die autofaktik zu gewinnen der nächsten buchstaben hält so in dem dieses bild entschlüsselt damit ist dieses hier gemeint ist irgendwie so ein bisschen hier reingebackt bei mir ich weiß nicht ob das jetzt bei euch auch so ist oder ob es jetzt nur bei mir so ist warum das so ist kann ich nicht erklären eigentlich müsste das hier auch viel weiter unten sein backt anscheinend gerade ein bisschen rum aber dieses bild ist gemeint ich denke mal jeder ist klar was daraus kommt ist natürlich immer noch einfach ja und ich würde sagen das war es auch schon zu türchen 3 und ich würde sagen ich würde schon einen schönen tag vergesst nicht zu abonnieren und ich würde sagen